General. Lieutenant Smith. General Custer. Lieutenant Johnson. Sie müssen entschuldigen, General. Lieutenant Johnson hat beim Kampf gegen die Chiannen sein Augenlicht verloren. Oh. Es wird uns nichts geschenkt in diesem Krieg. Bitte? Ich sagte, es wird uns nichts geschenkt in diesem Krieg. Aber ich meinte eigentlich Lieutenant Johnson. Ich habe Sie leider immer noch nicht verstanden, Sir. Ich habe auch nicht mit Ihnen geredet, sondern mit Lieutenant Johnson. Sie müssen entschuldigen, General. Aber Lieutenant Smith stand im Kampf gegen die Comanchen in Wichita neben einer Kanone. Seitdem hört er leider sehr schlecht. Ich stehe hier, Lieutenant Johnson. Oh, Entschuldigung. Bitte? Ich sprach erneut mit Lieutenant Johnson, Lieutenant Smith. Oh, das wusste ich nicht, General. Sie müssen mich entschuldigen. Ich stand bei einem Einsatz gegen die Comanchen neben einer Kanone. Seitdem höre ich leider sehr schlecht. Ja, ich weiß, das hat eine Johnson bereits gesagt. Bitte? Ich sagte, dass ich das schon weiß. Lieutenant Johnson war so nett, mich wegen Ihrer Ohren zu informieren. Ah, vielen Dank, Johnson. Sehr gerne, Smith. Ah, Jim. General, darf ich Ihnen Lieutenant Taylor vorstellen? Lieutenant Taylor, schon viel von Ihnen gehört. Ja, ich weiß, es ist nicht eine Ära, die Sie können hier sehen. Ich weiß, es ist nicht eine Ära, die Sie können hier sehen. Ich weiß, es ist nicht eine Ära, die Sie können hier sehen.